Wenn man den Mund lange offen lässt, können die Sorgen vielleicht aus einem Haus fliegen. Bitte, bitte machen Sie die Tür auf! Sie wissen selber, dass Sie schon ganz lange einen Ausweisungsbescheid haben. Mama! Mama, die Tür auf! Ich will nicht in einem Flüchtlingsheim. Und das ist die Hut. Deine neue Pflege-Mama. Hallo! Wir haben unsere eigene Mutter, unsere eigene Wohnung. Oskar, Lilly! Oskar, ich werde dich finden. Egal, wo sie dich hinbringen. Wir haben es richtig schön für dich gemacht, gell? Dass du dich wohlfühlst und dass du dich... Sagst du das? Ja, wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann ich denn nicht Vegetarier sein, der auch Fleisch ist? Was heißt die Brauheit? Das wird schon. Ich will, dass es dir gut geht, Oskar. Ich will auch, dass es dir gut geht. Meine Erfindung für dich. Und wie geht's mit Zittern? Wunderbar! Liebe Mami, hab gehört, dass es dir schneller gut geht, wenn es uns auch bestens geht. Mir geht's bestens gut. Wenn die Sonne durchscheint, ist es ein gutes Zeichen. Also braucht ein, deres zu erzählen ist, ist es... Ich versuche, dass du auch... Untertitelung des ZDF, 2020